So dann der Bastelzeit und heute da soll es mal wieder darum gehen, dass mir ein Licht aufgeht. Ja, die Dinger hatten wir schon mal auf dem Kanal. Das sind so Deckenpanel. Die werden normalerweise in hohle Decken eingebaut. Die liegen dann hier entsprechend mit dem Rand auf und haben hier eine große weiße Fläche, die dann entsprechend leuchtet. Klingt nach viel Licht, ist es auch. Allerdings hat das hier ein klitzekleines Problem und zwar es funktioniert nicht da oder mit dem wie ich es will. Ich möchte das ganze nämlich gerne an meinem Solar-Inselnetz betreiben. Das läuft mit 12 Volt Batterien. Also irgendwas in die Richtung wäre schon gut. Die auf die Rückseite gucken und uns das Typenschild mal vornehmen. Was steht da schönes? Hier steht 30x60 cm und Rated Voltage AC 110 bis 230 Volt. Diese Angabe ist absoluter Unfug. Ja, das Ding hier läuft definitiv nicht mit 110 bis 230 Volt. Die Angabe bezieht sich auf das Netzteil, was dabei liegt. Äh, ja. Okay. Ansonsten, was haben wir hier noch als Info? 28 Watt hat das Ding hier an Leistung. Die Lichttemperatur 6000 bis 6500 Kelvin, also eher auf der kalten Seite. Also eher Richtung Blau. Und ja, 2017 hergestellt das Ganze. Viel ist das hier nicht. Wir sehen, das ist auch ein relativ dünnes Blech. Und wir hatten beim letzten Mal schon gesehen, was drinsteckt. Denn im Prinzip haben wir gar keine Leuchtfläche, sondern nur was in die Richtung. Dazu holen wir uns mal das hier. Das ist im Prinzip dieselbe Lampe, nur schon so leicht zerlegt. Die wollte ich noch umbauen. Wenn ich mal die Rückseite abnehmen, dann sieht das Ganze hier so aus. Das Erste, was wir haben, ist es einfach nur Füllmaterial. Einfach nur ein bisschen was hier an Schaumstoff. Und darunter haben wir dann verschiedene Layer. Ich hole jetzt erstmal alle am Stück raus, dass wir sehen, wie der Rest aufgebaut ist. Danach gucken wir uns die an. Wenn wir hier ins Innere gucken, dann haben wir einfach nur LED-Streifen. Hier an der Seite, hier an der Seite. Das ist sogenanntes Edge-Lit, also von der Ecke beleuchtet. In dem Fall hier von den beiden langen Seiten. Es gibt teilweise auch welche, wo dann tatsächlich nur eine Seite ist. Was wir dann haben, ist, wenn wir hinten gucken, hier haben wir unseren Stecker. Der geht mit dem Plus hier dran. Geht einmal durch den LED-Streifen durch. Der springt dann hier hinten auf die andere Seite. Durch den LED-Streifen durch. Und da haben wir dann unseren Minuspol. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass alle LEDs hier hintereinander hängen. Das sagt uns zwei Dinge. Das schlechte Ding, wenn eine von den LEDs irgendwann mal kaputt geht, ist das ganze Ding hier aus. Zumindest mal davon ausgehen, dass sie tatsächlich da hintereinander hängen. Und das zweite, naja, wenn sie hintereinander hängen, ist die Spannung wahrscheinlich relativ hoch. So, das können wir jetzt dann auch erstmal überprüfen, wie das Ganze verschaltet ist. Dazu nehme ich mir einmal meinen Multimeter, schalte das auf den Diodentest. Und in dem sollte ich eigentlich in der Lage sein, so eine LED zum Leuchten zu bringen. Also gehen wir mal an der Seite dran. So rum ist Minus. Und leuchtet sie? Ja. Aber es leuchtet ein Block. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das heißt, sie sind nicht alle hintereinander, sondern nur ein Teil. Und entsprechend diese, was sind es? So, vier, acht, zehn sind parallel geschaltet. Und wie viel haben wir hier? 50, 60. Das heißt, wir haben 60 LEDs pro Seite. Insgesamt 120 LEDs somit. Und da jeweils zehn benutzt werden, sind das dann zwölf hintereinander sozusagen. zwölf logische LEDs hintereinander. Jeder LED in weiß meistens so etwa drei Volt. Heißt, wir kommen ungefähr bei 32 Volt raus, die wir hier ungefähr erwarten. Aber bevor wir da hingehen, wir haben im Moment das Licht ja hier an der Seite, was in die Mitte geht und wollen ja nach unten in diese Richtung hier strahlen. Und wie geht das denn? Naja, dafür holen wir uns einfach mal die ganzen Layer hier. Und zwar, wenn wir dann hier die wieder reinsetzen und von oben anfangen, ist das Erste, was wir haben, einfach nur eine weiße Folie. Die weiße Folie hat einen relativ einfachen Zweck. Und zwar, wenn wir hier irgendwie Licht haben, das soll ja nach unten gehen und nicht nach oben Richtung Decke. Das heißt also, die weiße Folie ist einfach nur, um Licht, was nach oben raus will, wieder nach unten zu reflektieren. Die nächste Schicht, das ist die eigentliche Magie. Das ist dieses dickere Plexiglas hier. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Da ist ein Wabenmuster da drauf. Und dieses Wabenmuster, das ist tatsächlich die Magie. Denn das Licht kommt hier von der Seite rein in das Plexiglas. Und die Waben, die sind auf der Oberseite hier. Das heißt also der Seite Richtung Decke. Und das Licht will ja raus. Ein bisschen geht nach unten raus. Das nehmen wir, ist ja schon in die richtige Richtung. Und das andere, durch diese Wabenstruktur hier, da wird das entsprechend immer wieder in diese Richtung hier nach unten gedrückt, um entsprechend dann in die richtige Richtung rauszukommen. Im Prinzip ist das hier also nur ein großes Ding, was das Licht nimmt und um 90 Grad nach unten raus macht. Allerdings auch auf der kompletten Fläche. Das nächste, was wir haben, das ist dann nochmal hier so ein bisschen Plastik. Das ist so halbtransparent, wie wir sehen. Und das hat einfach nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Wabenmuster, was wir hier hinten drauf haben, nicht mehr sehen können, wenn es nach unten rausgeht in unseren Raum. Das heißt also, wir haben den Diffusor ganz unten, der dafür sorgt, dass entsprechend keine Muster mehr sichtbar sind. Die Folie hier, den Lightspreader, der das Licht in die richtige Richtung drückt und dabei auch noch ein bisschen verteilt. Hier bei dem ist es recht simpel gehalten. Da vertraut man einfach darauf, dass das schon von beiden Seiten so halbwegs passt. Bei größeren Lampen, da kommt es teilweise auch vor, dass dieses Wabenmuster tatsächlich unterschiedlich ist und die Waben dann zum Beispiel zur Mitte dicker werden, wenn in der Mitte weniger Licht ist und man da mehr reflektieren möchte. Hier ist es recht eindeutig. Und last but not least, ganz hinten unsere weiße Folie, der als Reflektor dient für die Rückseite. Und da drauf dann einfach nur noch ein bisschen was zum Füllen, um das Ding anzudrücken und das Blech, was das Ganze dann am Schluss zusammenhält. So ist die Lampe aufgebaut. Wir wollten aber ja eigentlich wissen, wie sieht es denn jetzt mit den LEDs aus. Das heißt, wir nehmen uns den Kram mal wieder weg und gucken mal, ob unsere Idee mit den 32 Volt denn so korrekt ist. Wie gucken wir das? Einfache Sache, wir holen einfach mal das Originalnetzteil. Oder, wie es bei den Lampen hier meistens heißt, das ist der sogenannte Treiber. Hier steht es auch drauf. LED-Driver-Modell ist die HTT 36 bis 42 Watt. Ist ein bisschen seltsam, weil die Lampe hat ja 28 Watt, aber passt schon. Und der Output, der ist ein bisschen interessanter. Der Output ist nämlich 40 bis 60 Volt DC bei 600 Milliampere. Okay, wieso 40 bis 60 Volt? Naja, das hat mit der Effizienz zu tun. Ihr kennt vielleicht diese 12 Volt LED-Streifen, die es so gibt. Wenn ihr da mal drauf geguckt habt, da sind auch LEDs hintereinander. Aber dazu gibt es dann immer einen Widerstand, den Vorwiderstand für die LEDs. Das funktioniert, hat aber einen Nachteil. Naja, so ein Widerstand, der ist bei entsprechendem Strom ja auch nichts anderes als etwas, was Spannung in Hitze umwandelt. Und eigentlich wollen wir ja Licht, keine Hitze. Zum einen kann Hitze dafür sorgen, dass dieses ganze Ding eine kürzere Lebensdauer bekommt. Zum anderen, naja, Hitze ist quasi verlorene Energie. Wir brauchen also mehr Strom für dasselbe Licht. Auf der anderen Seite können wir aber auch nicht hingehen und sagen, okay, wir geben irgendwie eine feste Spannung drauf. Denn die LEDs, die haben so eine kleine Eigenschaft. Und zwar, wenn die warm werden, dann lassen die mehr Strom durch. Wenn wir jetzt die ganze Zeit dieselbe Spannung fahren würden, würde das dazu führen, dass die LEDs irgendwann anfangen warm zu werden. Lassen mehr Strom durch. Dadurch werden sie noch wärmer. Lassen noch mehr Strom durch. Ihr seht, wo das hinläuft. Irgendwann brennen sie euch im Zweifelsfall durch. Deswegen ist der schönere Weg, das Ganze nicht über eine feste Spannung zu machen, sondern über einen festen Strom. In dem Fall hier sind es 600 mA. Das heißt, wir lassen 600 mA hier fließen. Und wenn die LEDs warm werden, mehr Strom durchlassen. Dann regeln wir einfach entsprechend so lange die Spannung runter, bis der Strom wieder die 600 mA, die wir haben, dann auch erreicht. So, das können wir jetzt auch testen. Und an der Stelle wieder Vorsicht. Die Dinger hier, die sollten theoretisch geschützt sein. Hier ist zumindest mal ein Zeichen drauf für Schutz, Kleinspannung und isoliert und so weiter. Ob ich dem trauen möchte, steht an anderer Stelle. Ich tue es immer nur so mäßig. Das heißt, man sollte eventuell hier nichts anfassen, wenn das Ding in Betrieb ist. Insbesondere hier ist halt nichts geerdet. Wir sehen ja hier, gehen nur zwei Drähte rein. So, was können wir dann messen? Zum einen können wir hier an der Ecke messen, ob wir unsere 32 Volt oder was es da waren. Irgendwas in die 30 Volt, Mitte 30 Volt wird es sein, wahrscheinlich rauskommt. Und wir können natürlich hier auch mal den Strom messen, ob wirklich 600 mA fließen. So wie das Ding hier verspricht. Also, stecken wir mal ein und dann wird es wahrscheinlich jetzt sehr schnell sehr hell. Und ich habe auf jeden Fall jetzt genug Licht. Dann nehmen wir uns erstmal unseren Multimeter hier und messen mal den Strom. 0 und wenn ich das hier drum mache, dann messen wir hier 592 sehe ich hier gerade. Ja, 574, aber das kann jetzt auch sein, je nachdem wie ich halte wahrscheinlich. Also, ja, hier sind wir bei 592. Ich denke, wir können relativ gut sagen, die 600 mA halten wir in etwa. Wie sieht es mit der Spannung aus? Dazu gehen wir mal hier hin, kann man das sehen. Jo, müsste gehen. Plus an der einen Seite, minus an der anderen Seite. Das ist super, wenn man absolut nichts sehen kann durch das ganze Geblende hier. 39,33 Volt. Ein bisschen mehr als erwartet. Aber, ja, ich hatte ja auch nur grob im Kopf überschlagen. Und bei der Anzahl an LEDs, da ist das natürlich dann auch relativ schnell gemacht, dass man da ein bisschen daneben liegt und das am Ende nach einer großen Zahl aussieht. Ich meine, was haben wir, 39 geteilt durch, äh, was waren es, 12 glaube ich. Das wären dann irgendwie 3,2, 3,25 Volt für jede LED statt 3 Volt. Ich denke, das ist noch im Rahmen. Also, noch könnte hier hinkommen, ungefähr. Ja, jetzt wissen wir, dass das Ding leuchten kann. Wir wissen, wie das Ding leuchten kann. Aber bis jetzt leuchten wir noch hier mit dem Ding. Und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern, weil Input hier ist ja 85 bis 265 Volt bei 50 bis 60 Hertz. Ich mache mal einen Stern dran. Ich würde fast mit euch wetten, dass die 85 bis 265 Volt nicht nur AC sind, sondern das auch problemlos mit DC funktionieren würde. Einfach, weil hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Schaltnetzteil drin sitzt. Und Schaltnetzteile haben am Eingang erstmal einen Gleichrichter und ab da ist eh gleich Strom. Und danach machen die dann halt ihren eigenen Wechselstrom intern. Das heißt, ob wir von außen mit AC oder DC reingehen, ist egal. Nachprüfen können wir es nicht wirklich. Das Ding hier ist halt komplett vergossen und ich werde jetzt nicht anfangen, das zu zerlegen. Also gucken wir mal woanders nach. So, ich sagte ja schon, ich will das Ding mit 12 Volt betreiben. Wir wissen, dass 40 Volt rauskommen soll, so Pi mal Daumen. Das heißt also, wir brauchen offensichtlich einen Step-Up-Wandler, der aus einer niedrigeren Spannung eine höhere Spannung macht. Das klingt machbar. Also fangen wir erstmal damit an, uns hier was aufzubauen. Ich habe erstmal hier ein Kabel, was die Buchse hier einfach nur nimmt oder den Stecker nimmt, den ihr auf ein Kabelende macht. Einfach nur, dass ich hier vernünftig testen kann. Und dann gucken wir doch einfach mal, was hier so ein Step-Up kann. Der erste, den ich mal anpacke, ist der hier. Ist nicht ideal, wieso zeige ich dann gleich noch. Aber im Prinzip können wir das machen, wenn wir hier gucken. Out-Plus, Out-Minus, In-Minus, In-Plus. Das heißt, ich suche mir mal gerade ein bisschen was an Anschlusskabel. Netzteil mit 12 Volt. Dann gucken wir mal, ob wir das hier zum Leuchten bringen können. Also, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich habe mir hier schon mal eine Leitung geholt. Die dürfte gleich 12 Volt drauf haben. Und was wir dann machen müssen, ist den hier natürlich noch an der richtigen Stelle einstellen. Das heißt also, auf die richtige Spannung, die wir am Ende haben wollen. Aber fangen wir erst mal damit an, hier den Eingang anzuklemmen. Das ist hier, was braun ist. Plus 12 Volt. Und die Matte sagt, dass dann blau offensichtlich der Minus ist. Und ja, hier hätten eigentlich noch alle Endhülsen drauf sollen. Und das wird wahrscheinlich irgendwie nicht gut sein. Aber probieren wir das erst mal so. Also, schalten wir mal den Strom hier ein. Gucken, dass unsere Eingangsspannung stimmt. Und stellen die Ausgangsspannung mal ein. So. Eingang 12 Volt. Lampe ist schon mal an. Und was haben wir am Eingang? Noch mal Gegenkontrolle. 12,17. Ja. Close enough. Und der Ausgang ist aktuell bei 15,77. Das ist etwas wenig. Wir hatten gesagt, wir wollen so 39 Wands. Lieber ein bisschen weniger. Denn, wenn man LEDs ein bisschen weniger hart treibt, dann ist meistens der Verlust, den man in Licht hat, recht überschaubar. Aber dafür geht die Lebensdauer von den Dingern sehr weit nach oben. Das heißt also, wenn man die Möglichkeit hat, auf ein bisschen Licht zu verzichten, sollte man das tun. Das Ding wird es euch auf jeden Fall danken. So. Und ich bin mir ehrlich gesagt gerade noch nicht mal sicher, ob ich den hier hoch genug drehen kann von der Spannung. So. 32, 33. Das sieht doch gut aus. 35. Ja, komm. Mal 35. Pi mal Daumen. Das ist okay. Strom nochmal aus. Und wo ist die andere Seite? Hier. Dann. Sorge mal dafür, dass wir auch eine Last hinten dran haben. Wir nehmen uns mal unsere LEDs hier an. So, LED hier leuchtet noch, aber Eingangsspannung ist abgeschaltet. Wenn du flackert es mal kurz. Nö, noch nicht mal das. Also. Langsam geht die LED auch aus. Aktuelle Ausgangsspannung dürfte nicht wirklich was sein. Wir sehen, hier sind noch ein paar Reste. So 2,7 Volt und sinkend. Wenn ich jetzt das Netzteil einschalte, dürften wir hier wieder wie vorher die entsprechende Spannung haben. Ich mache das mal hier hinten dran, um den Strom im Auge zu behalten. Also. Gesirot und Strom an. Hey. Wir leuchten. Das Ganze aktuell bei 185, 186 mA. Und was ich jetzt machen kann, ist hiermit natürlich hochdrehen. Bis zu den Bereichen, wo wir hinwollen. Okay. Ich glaube, weiter hoch geht er nicht. Ja. Ich bin hier am Anschlag. 200 mA, das war's. Und wenn er jetzt hier drauf guckt, ich hoffe, man kann es sehen. Das hier sind jetzt 205 mA, 206. Das hat sieben. Und wenn wir jetzt mal darauf achten. Ja, wie gesagt. Die LEDs lassen immer mehr durch. Hier sind wir schon bei 11. Das heißt also, der Strom wird jetzt immer weiter steigen. Denn das hier ist ein Step-Up Voltage-Converter. Das Ding nimmt eine Spannung am Eingang, 12 Volt, und produziert dann eine Spannung am Ausgang. In dem Fall hier, ja, was hat man, 35, 36 jetzt wahrscheinlich. Und der hält jetzt einfach die Spannung. Egal, was der Strom am Ausgang macht. Deswegen ist das eigentlich nicht das, was man haben möchte. Man möchte da irgendetwas haben, was ja, Step-Up ist. Allerdings nicht nur die Spannung begrenzt, sondern auch den Strom begrenzt. Wichtig, es muss halt beides sein. Strom hat zwar Priorität, aber die Spannung dürfen wir nicht vergessen. Denn, na, wenn zum Beispiel irgendwie eine LED kaputt geht oder nichts angeklemmt ist, können wir natürlich nicht mit der Spannung unendlich hochgehen, sondern wir müssen irgendwann auch mal sagen, okay, jetzt ist mal gut. Und deswegen hat ja auch der Originaltreiber hier die Angabe, was war es, 40 bis 60 Volt. Das heißt also, Maximum 60 Volt. Dann hört er auf, noch höhere Spannung auszugeben. Und, ja, inzwischen sind wir hier bei 214. Wird jetzt hier relativ langsam gehen, einfach weil 200 mA von 600, die wir eigentlich haben sollten. Aktuell haben wir also eine deutlich geringere Leistung hier drin. Und geringere Leistung heißt natürlich auch weniger Abwärme und entsprechend weniger schnell steigend. So, ja, und wie gesagt, das hier ist das Ding, was man austauschen sollte gegen etwas anderes. Da gibt es verschiedene Methoden, die man nutzen kann. Eine recht verbreitete ist sowas hier zum Beispiel. Das sind spezielle LED-Treiberboards, die üblicherweise in Fernsehern und Monitoren zum Einsatz kommen. Die haben meistens eine fest eingestellte Spannung und einen Strom. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, wir haben hier Eingangsspannung 12 Volt bis 36 Volt. Würde also passen und die Ausgangsspannung 35 bis 88 Volt ist auch okay. Wir hatten ja gesehen, 39 war, glaube ich, so ungefähr das, was er hatte. Bis 35 kann er runter. Das sollte passen. Was den Strom angeht, die sind meistens fix. Ich kann es jetzt hier gerade gar nicht sehen, wie viel der hat. Ich meine aber, das hier war auch ein 300 oder 600 mA. Also, ach, hier unten ist es sogar. Hier sind Lötbrücken. 200 mA, 100 mA, 60 mA. Also man kann da welche zusammenstecken, wie man das haben möchte. Zum Beispiel könnten wir 2, 4, 5, 6 machen. Dann hätte man 600 mA. Die würde er einhalten. Das geht. Die funktionieren relativ gut. Allerdings hat man halt nur die vorgegebenen Sachen hier unten, die man benutzen kann. Ein bisschen komfortabler sind dann einstellbarer. Zum Beispiel sowas hier. Das ist im Prinzip dasselbe wie den, den wir vorher hatten. Allerdings der hier hat 2 Potentiometer. Eins für die Spannung, eins für den Strom. Wir können das auch hier natürlich mal machen. Hier ein bisschen auseinander. Strom ist aus. Jo. Ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier Kabel dran haben. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber wo ein Wille ist, da ist ja auch bekanntlicherweise ein Weg. Also dran damit. Dann gucken wir mal, was wir so haben. Steht hier etwas drauf, was was ist? Natürlich nicht. Rv2 und Rv1. Das heißt, ich weiß nicht, was Spannung, was Strom ist. Ich hoffe, dass es klar wird, wenn wir jetzt anfangen einzustellen. Denn ich muss ja beides entsprechend vorbereiten. Gucken wir mal an den Ausgang. Was jetzt rauskommt, wenn wir einschalten. Und Strom an. Eingang 12 Volt, Ausgang 15 Volt. Okay. Drehen wir mal am oberen. Gucken wir mal, was passiert. Ja, da geht es runter. Jetzt in die andere Richtung auch hoch. Doch. Das ist also unsere Spannung. Dann drehen wir den nochmal deutlich hoch. Aber mit einem anderen Schraubendreher. Weil das hier will irgendwie nicht so dolle. Okay. Bis 39, 40 Volt kommen wir hoch. Gehen wir mal absichtlich nur auf 35 Volt. Weil wir wissen, dass das halbwegs safe ist. Der untere ist dann unsere Strombegrenzung. Wir haben allerdings keine Anzeige hier im Sinne von einer LED oder ähnliches, was er denn tut. Das heißt, wir können nur die Methode fahren. Wir gucken mal, was passiert. Das heißt, wir machen mal unser Netzteil hier, äh, unser Multimeter ab. Wir können nochmal den Strom aus. Dann machen wir hier unsere LEDs mal dran. Nach Adam Riese müssten die jetzt anfangen zu leuchten, wenn ich einschalte. Hier unser Multimeter mal wieder parallel. Aufpassen, dass nichts kurz schließt. Und Strom ist an. 34,7. Okay. 131. Okay. Was ich jetzt mache, ist den anderen mal runterdrehen. Also in die vermutete Runterrichtung. Ob da was passiert. Ja. Da wird es dunkler. Ihr habt es gerade gesehen. Dann gucken wir mal, ob wir so Richtung 500 mA gehen können. 3, 4, 5. Wenn wir gerade nochmal gegentesten. Knapp 500 mA bei 39 Volt. Das heißt, wir kommen ungefähr auf 20 Watt. Typenschild sagt 28 Watt. Ich denke, damit können wir leben. Das heißt also, das hier funktioniert jetzt. Wunderschön. Ja, und eigentlich ist das Thema für mich dann damit erledigt. Ich meine, wir haben hier unseren Step Up. Ich kann meine 12 Volt reingeben. Und hinten kommt genügend raus, um die LEDs sauber zu betreiben. Dadurch, dass ich den Strom ein bisschen zurücknehmen kann. Eventuell wird das dunkler, aber dafür mit einer höheren Lebensdauer. Es gibt aber noch ein paar Dinge, die würde ich gerne tun. Bzw. sie sind interessant zu beachten. Fangen wir mal mit den Interessanten an. Denn, naja, ich sag ja, ich betreibe das Ding hier mit meiner Solarinselanlage. Das heißt also, ein Akkusystem, irgendwas unter 15 Volt, um es mal so zu sagen. Aber prinzipiell kommt der hier ja mit allem klar, was unter so, sagen wir mal 30, 35 Volt ist und genügend Leistung liefern kann. Was haben wir denn da, was genügend Leistung liefern könnte und in diesem Spannungsbereich liegt? Naja, USB-C. Ja, viele USB-C Power-Delivery-Sachen. Die können ja 12 Volt, 20 Volt und wenn wir hier zum Beispiel so ein Laptop-Netzteil gucken, das hat 65 Watt. Die Lampen hatten irgendwas um die 20 bis 30 Watt. Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Dazu brauchen wir dann hier wieder so ein Trigger-Board. Das ist nichts anderes als etwas, was dem Laptop-Netzteil hier sagt, gib mal bitte eine Spannung. Ich glaube, das hier müsste 20 Volt sein. Wenn wir das jetzt mal hier machen, stecken wir mal das Netzteil ein. Der Strom ist an. Wenn wir jetzt hier mal mit unserem Multimeter drauf gucken, dann müssten wir hier jetzt eigentlich so um die 20 Volt sehen. Und was haben wir? 20,39. 20,39 ist unter den 35 Volt, die wir gesagt hatten. Also, wenn wir das jetzt ausstecken und hier unser Ding dran machen, dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, hier das Deckenlicht auch mit USB-C zu betreiben. Oder? Spricht da was dagegen? Eigentlich nicht. Das heißt, ich mache die hier mal dran. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein USB-C-Powered Deckenlicht hinbekommen. Netzteil ist noch ausgesteckt. Also, machen wir mal den USB-C hier rein. Okay. Der Schuko ist hier in meiner Hand. Also, das waren jetzt nur die Kondensatoren. Aber sagt uns offenbar, dass das Ganze funktionieren dürfte. Stecken wir es mal ein. Und. Hooray. USB-Powered Licht. Ja. Schöne Sache, ne? Und dann kann man hier mit dem Laptop-Netzteil und USB-C das Ding hier benutzen. Moment mal. USB-C. Wieso Laptop-Netzteil? USB-C gibt es ja auch mobil, ne? Ja, ich habe hier eine Powerbank. Die sagt auch 65 Watt. Und die hat auch USB-C. Und die sollte auch 20 Volt aushandeln können. Also, was liegt näher als, komm, wir probieren das mal. Machen wir mal hier USB-C dran. Machen das hier an unsere Powerbank. Mit etwas Glück haben wir dann hier auch eine mobile Lampe. Und, was sagt er? Ne? Ach, der hat 5 Volt ausgehandelt. Wieso handelt der 5 Volt aus? Ne, da ist ein Kabel saß quer. Ne, nochmal kontrollieren. Keine Kurzschlüsse. Und, hey! Eine mobil betriebene per Powerbank Lampe. Mit der wir hier unsere Deckenlampe betreiben können. Kann auch mal praktisch sein, sowas in der Hosentasche zu haben. Okay, die Deckenlampe vielleicht nicht. Ja, ansonsten, ich denke, wir machen dann hier mal Schluss. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was damit vor. Was ich zum Beispiel noch machen werde, ist eventuell mal den anderen hier benutzen. Nicht, weil ich denke, dass der einfacher wäre. Einfacher ist definitiv der hier. Aber hier, der hat einen wunderschönen, fertigen Pin. Und zwar, wenn wir hier am Eingang gucken, gibt es einen On-Off-Pin. Und der eine oder andere wird schon sehen, worauf das hinausläuft. Na ja, wenn ich einen On-Off-Pin, dann noch einen Mikrokontroll oder irgendwas dran mache, dann kann ich hier das Ding auch noch wunderschön dimmen. Und ja, dimmen kann manchmal ganz hilfreich sein. Muss natürlich aufpassen. On-Off ist ja PWM. PWM und Kameras verträgt sich nicht so. Aber prinzipiell müsste das eigentlich gehen. Also, ich werde auf jeden Fall noch ein Video geben hierzu. Eventuell mache ich auch noch eins, wo ich mal wirklich gucke, wie sieht das überhaupt aus. Brauchen wir Konstantstrom wirklich für LEDs? Denn das würde mich dann doch auch mal selber interessieren. Aber wie gesagt, das ist erstmal was für später. Erstmal kann ich jetzt hier dieses ganze Konstrukt holen, mit der ganzen Lampe natürlich. Kann das an mein Inselnetz hier dran machen und hab dann Licht. Und auf gut Deutsch, hier die ganze Schaltung, die tut, was er soll.